Neul, ist gut bei dir? Nein, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich nach dem Sommer machen soll. Du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe neulich meinen Ausbildungsvertrag bei ProValas unterschrieben, in Kooperation mit der Firma Heubach zum Chemikanten. Du bist doch so gut im Mathe und in Chemie. Vielleicht wird das ja auch etwas für dich. Zum Chemikanten? Was macht man da genau? Du kannst dir die Ausbildung genau so vorstellen. Im Technikum erlernst du grundlegende Kenntnisse über Arbeitsabläufe in industriellen Produktionsanlagen, insbesondere an Kesselapparaturen und Glasanlagen. Im Werkstattbereich lernst du, wie du Werkstoffe mechanisch bearbeitest und Prozessanlagen montierst und demontierst. Im Labor werden dir Fertigkeiten und Kenntnisse für das präzise Arbeiten im Chemielabor vermittelt. Im Fokus steht hier das Anwenden von physikalisch-chemischen Methoden. In der Endausbildung kannst du handlungs- und praxisorientiert deine erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse an modernen computergestützten Chemieanlagen anwenden. Jetzt sag mir nur eine Sache. Findest du die Ausbildung ist hot or not? Die Ausbildung hört sich auf jeden Fall sehr hot an. Ich sag mir nur eine Sache. Ich sag mir nur die Ausbildung. Ich sag mir ja auch nicht so riesig, mich nicht so Ltest und sei mir gutahan böriffe sind bei uns Ich sag mir sì schon. es gut an und du balk methodisch este Sprich dugstrumme es gut vegetables.